Was ist denn auf Astronomie? Wie ist denn auf Astronomie? Wie ist denn auf Astronomie? Wie ist denn auf Astronomie? Überhaupt auf Astronomie bin ich eigentlich schon sehr früh gekommen. Hat mich schon als Kind interessiert. Ich fand es immer sehr, sehr interessant. Und das waren vor allem die großen Fragen, die mich da interessiert haben. Wie ist das Universum entstanden? Wie ist unsere Milchstraße entstanden? Wie ist die Erde entstanden? Wie hat sich das alles so entwickelt, wie wir es heute sehen? Also ich habe während meiner Promotionszeit, zu Anfang meiner Promotionszeit, die Möglichkeit gehabt, für zwei Jahre nach Chile zu gehen, zur Europäischen Südsternwarte. Und eines der Angebote der Europäischen Südsternwarte ist, dass Studierende aus Mitgliedsstaaten, wenn sie dann mit der Promotion anfangen, für zwei Jahre als Doktoranden nach Chile gehen können und an der Europäischen Südsternwarte eben selbst auch arbeiten können. Und die Möglichkeit habe ich damals warten genommen. War natürlich hochinteressant. Ich war auch eingebunden dann in den Observatoriumsbetrieb und mitverantwortlich für manche der Instrumente und konnte eben sonst an meiner Doktorarbeit arbeiten. Auf die Weise hatte ich Gelegenheit, selbst auch viele Beobachtungen durchzuführen. Ich habe Daten gesammelt, vor allem eben zu sogenannten Sternpopulationen. Das heißt, letztlich eben Regionen, in denen man einzelne Sterne noch wahrnehmen kann, noch unterscheiden kann, die sich aber dann zum Teil schon in anderen Galaxien befinden. Also in nahen Galaxien in dem Fall. In meinem Fall vor allem die Magellanschen Wolken, aber auch eben andere nahegelegene Galaxien, die mich da interessiert haben. Alles kleinere Begleiter-Galaxien unserer eigenen Milchstraße. Also Zwerggalaxien. Und Zwerggalaxien wurden dann auch ein wesentliches Thema meiner Doktorarbeit. Sie erzählen praktisch Geschichten über beides. Über sich selbst und die Entstehungsgeschichte der Milchstraße. Über sich selbst. Zum einen dadurch, dass man eben versuchen kann, die Sterne, die man in diesen Galaxien beobachten kann, als Fossilien vergangene Epochen zu betrachten. Und daraus die Entwicklungsgeschichte dieser Galaxien ableiten kann. Zum anderen, weil diese Galaxien selbst mit Bausteine sind von größeren Galaxien, wie eben unsere eigene Milchstraße. Man kann sie also verwenden, um etwas über die Milchstraße selbst zu lernen. Um insgesamt darüber etwas zu lernen, aus was für einzelnen Objekten die Milchstraße sich gebildet hat. Und wenn man heutige kosmologische Modelle betrachtet, ist eigentlich die grundlegende Idee immer, dass größere Einheiten durch das Verschmelzen von kleineren entstehen. Und anhand dieser Zwerggalaxien sehen wir praktisch Überreste von genau diesen Prozessen, Überreste, die wir heute noch beobachten können. Wir sehen also praktisch die Vorläufer, wenn man so möchte, die sich natürlich ihrerseits auch weiterentwickelt haben, von größeren Galaxien. Konkret auf meinem Gebiet, also hauptsächlich eben nahe Zwerggalaxien, da denke ich, dass in den nächsten Jahren vermutlich weitere sehr, sehr lichtschwache Objekte entdeckt werden. Das ist bereits zu einem großen Teil in den letzten Jahren passiert. Vor allem dadurch, dass wir zunehmend empfindlichere Himmelsdurchmusterungen zur Verfügung haben. Diese Himmelsdurchmusterungen, die wir zurzeit haben, konzentrieren sich in erster Linie auf den Nordhimmel. Also praktisch nur auf einen Teilbereich des Gesamthimmels. In den nächsten Jahren sollten weitere Durchmusterungen zur Verfügung stehen, die eben auch den Rest des Himmels abdecken. Und da gibt es an sich ein sehr, sehr großes Entdeckungspotenzial. Wir gehen davon aus, dass es sehr viele noch unentdeckte Zwerggalaxien gibt, die zum Beispiel die Milchstraße umkreisen, aber eben auch Zwerggalaxien in größeren Entfernungen. Und dass wir die mit diesen neuen Durchmusterungen an sich sehr, sehr gut nachweisen können sollten und eben dann hoffentlich auch charakterisieren können sollten. Und da sollten vor allem neue Großteleskope eine ganz wichtige Rolle spielen. Konkret für die Milchstraße wissen wir, dass in einigen Milliarden Jahren die Milchstraße mit einer der Begleitergalaxien der Milchstraße – Begleitergalaxien ist vielleicht nicht ganz richtig – mit einer der nahen Spiralgalaxien verschmelzen wird. Diese beiden Galaxien, Milchstraße und Andromeda, bewegen sich aufeinander zu und werden eben in einigen Milliarden Jahren ein einziges System bilden. Das bedeutet, dass die Milchstraße selbst ganz anders aussehen wird. Sie wird wahrscheinlich ihre schöne Spiralstruktur verlieren. Es gibt allerdings dadurch, dass neues Material von der anderen Galaxie dazukommt, auch nochmal eine Phase intensivierter Sternentstehung. Aber man geht davon aus, dass das Endprodukt konkret für die Milchstraße und Andromeda dann eine einzige elliptische Galaxie sein wird, ohne diese schöne Substruktur. Die Milchstraße und Andromeda Untertitelung des ZDF, 2020